Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich hier auf dem Areal Mercedes City von Kesterholz in Bratelé. Ich bin Ivo Holzer und ich mache eine Lehre als Karosserie lackieren und das zeige ich euch jetzt. Kesterholz hat sechs Betriebe in der Schweiz, ca. 50 Lernende in sechs Ausbildungsbrüfe. Meine Lehre als Karosserie lackieren geht vier Jahre. Ich habe einen Tag Schule in der Woche und Freude an Autos und an Fahrt. Nachdem der Spengler die Motorhaube abmontiert hat, nehme ich sie an meinen Arbeitsplatz zum Vorbereiten. Dadurch sind wir jetzt an einem von acht Arbeitsplätzen, wo wir unsere Teile schleifen und vorbereiten, damit wir beim Lackieren das beste Ergebnis erzielen können. Weil ich die meiste Zeit vom Tag Vorbereitungsarbeiten mache, brauche ich Wille und Konzentration, denn desto besser ich das mache, desto besser wird die Lackierung. Damit man keinen Unterschied sieht, mischen wir am Computer die Farbe genau an. Zudem ist es wichtig, dass es möglichst schraubfrei ist. Jetzt muss ich schauen, dass der Lack gleichmässig aufgetragen wird. Nur so erzielt man ein gutes Resultat. Das Polieren von Kratzern und Unnebenheiten gehört auch zu meiner Ausbildung. Willst auch du, Mercedes von unseren Kunden, wieder Strahlen sehen, dann bewirb dich jetzt bei Casterholz und mache leer als Karosserie lackieren. Untertitelung des ZDF, 2020